Mein Name ist Thomas Linz, ich bin von der Firma MIGO. Wir beschäftigen uns hauptsächlich als Dienstleister im Bereich der hochdynamischen optischen Messtechnik und analysieren mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras dynamische Vorgänge. Wie hier in diesem Fall zusammen mit der Firma K-TEC sind wir in einer Drop-Test-Analyse tätig, wo wir hochdynamische Deformationen an Batterien testen in einer sicheren und robusten Fallschirmumgebung. Diese Ergebnisse können dann Aufschluss darüber geben, wie sich die Batterie unter hochdynamischen Belastungen verhält, verformt und in Eigendeformationen geht.